ja die werden sich hundert pro als beides krallen verwette ich alles drauf was ich besitze geht auch sicher mit dais würfel also ja ja also ob die die bombobs jucken also bitte ja sag ich doch dass sie sich beides krallen ja spring halt noch öfter auf mich drauf du hallo das jetzt gemacht was soll das denn klau mir halt alle münzen ich glaube kann es sein perfekt drauf land ist das ja wenn ich dachte die holen sich den stern und tun nicht mich mobben soll ich mal zu dir kommen ja ich die haben die kamen nicht auf den stern drauf oder was oder wollen die lieber mich mobben sollte ich also servus hätte was soll das denn wollen wir ja dann krallen wir uns denn jetzt aber nehmen wir schon ein ungeraden würfel also dann bei dem benutzen nehmen einfach das wirst du meinst keine ahnung ich weiß nicht was ich jetzt aber schon wieder so voll ja genau für sie beide toll das können jetzt wir sind beide nebeneinander mit viel glück schaffen wir es hier irgendwie gerade überfüllt haben können wir nichts machen das gibt es ja nicht ich glaube das ist aber fast so achten toll wenn man runter springt bekommen man nicht mehr hoch robbie ach kacke ja gut dann kann ich noch mal neun mal das ist mir sofort wo ich wusste nicht mehr wie ich lange machen kann man brauche ich für den blühen stern glaube ich eine ungerade zahl wieder beide gerade gerade karte zahlen und konkret gefühl gar nichts machen ich habe 14 ich kann ich kann nichts machen von meiner position aus geht es geht nicht es geht ein brauchen glaube ich eine ungerade zahl geht nicht das kannst du komplett vergessen das funktioniert einfach ich glaube ich hab's du kannst mir mal weg machen bitte scheiße wird und der feld blockiert man es geht nicht vergisst es ist ein bisschen mit einer graden zahl einfach nicht möglich mensch weil todette auch gerade im weg blockiert kann ich gar nichts machen es ist zum kotzen scheiß todette so ich habe es gesagt hast mich ich kann es nichts machen mit das ist das ist das gibt es doch nicht ich habe ich habe es schon so viel ist so hoch es bringt ja einfach nicht ich komm wir brauchen eine ungerade zahl das kommt dann nicht hoch das ist jetzt wirklich dezent blöde bist du meinst daneben weil todette auch einfach im weg steht funktioniert mehr die blöde kuhnig wäre dann würde das ja gehen weil die blöde kuh da ist es geht einfach nicht das ist nicht möglich kannst machen was du willst es geht nicht na gut dann müssen wir jetzt einfach nicht müssen wir versuchen vielleicht aufs itemfeld zu kommen aber es ist richtig scheiß es geht einfach nicht ja da kann man machen was man will und todette nicht werde würde das wahrscheinlich irgendwie gehen und die blöde kuh versaut alles wie immer ja das ist es geht es ist echt zum kotzen wie das man am hängen darf schuldigung leute aber das das ist scheiße auf gut deutsch gesagt ja ja komme ich jetzt so kündig machen können wir auch und es geht nicht damit es wird mir schon mal so guten dann echt hä wo das denn jetzt so du hast noch münzen die uns gehören ihr könnt können wir auch die blöden idioten wie wir alle echt jetzt gerade zusammen hocken was ist eine bombe gerade hochgegangen ich hätte nichts dagegen wenn die meine weg gemacht hätten und ich jetzt keine bombe mehr am arsch habe auf dem selben feld gelandet was fertig kriegen wir noch mehr geld oder was ja wow zwei münzen bringt uns nichts nein gibt uns einen stern dafür vitamin viereck was war das wir kennen mittlerweile schon die spiele ach das war hier dieses suche das gleiche bild hier so alles klar lass uns das machen ok das mag ich nicht das sind meistens die computer gefühlt immer besser mach einfach da wo ich bin so toll deine mach hin ich steuerung von kunden ich war nicht richtig oben äh gott sei dank na gut dann nehmen wir auch gewesen dann ist es so gerecht gehabt ach du scheiße ok da haben wir glück gehabt ja genau die gleiche stelle jetzt haben wir wirklich cheater glück ja oh god was macht maruichi denn da sich zum hampeln mann so sehr schön ich muss aber gestehen ich finde dieses auch wie der da liegt wie voll gefressen ah so viel big tasty so viel pilze so viel backmenü 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 das mit den sterne regt mich so jetzt kann man nur hoffen dass sie auch würfeln dass die auch nicht rankommen die werden rankommen ich sag es ja wahrscheinlich die werden rankommen und wer jetzt wahrscheinlich nochmal schön mobben die ganze zeit die kleinen säcke die werden uns rankommen dann wollen wir aber nur ungeradet sein mit einer kranzer ja bobo wird schaffen leider mit 14 ging es nicht also jetzt muss es mit 13 ja gehen Moment ist er auch gerade draufgeguckt bobo ist drauf ja der hat sich da schon wieder gut gehabt ey du dummer kacksterrein wir müssen auch auch leider jetzt gerade wir runter wir können wir können nichts machen man hat echt die a karte wenn man echt als zweites team zieht ja hat man auch weil je weiter es gerade geht umso wahrscheinlicher ist es dass wir gerade absolut nichts machen können die hocken auch immer schon echt zusammen ja die zahlen sich auch gefühlt irgendwie nie auf Moment ich glaube er kommt auch auf er kommt glaube ich auch auf oder ne das hat bloß nacht gehabt ja ich habe mich gerade gewundert gehabt weil Tordette ist ja nicht weggeflogen ich hasse dich he he mich auch ne jetzt irgendwie erst warum auch immer ja toll die ist wie am Anfang Tordette du blöder Olle so ich habe es gesagt ja wir müssen aufpassen dass das Ding nicht nur luftfliegt du willst du sonst gleich den Turbopuls einsetzen ja gut okay dann los geht's das kannst ja auch ein Yoshi überhaupt so einsetzen machen so wie du meinst wir müssen versuchen aber hoch zu löffeln bitte hoch bitte hoch ja nein ja du kommst wenigstens ein bisschen voran das bringt mich da schon wieder nichts ich kriege die Krise ich müsste gerne ein Item haben jetzt komm ich da nicht hin ey es ist so Gott ich käme aber rauf du käme es aber rauf ja ich kann ein Item holen ich käme ich wäre so würde ich rauf kommen ne wir haben kommen du welchen lass uns beide ein Item holen oder hm Chibiwari chikrat wegen hallo wollen wir es machen ja Gott komm immer was gutes ach das ist nicht gut münzenklauen ist jetzt nicht das was ich haben wollte komm schon hol uns noch einen Partner oder so boah dein Turb ist zumindest eine Goldtruhe ja na ist auch nicht schlecht ja gut Goldpilz ist auch nicht wie so ja das ist eine Goldtruhe aber wäre halt geil jo probleme an der ganzen Sache ist nur die können auch noch ne ja jetzt ist sogar spaßig schon lieber drüber geblieben hätte ich nicht mit mir hingeportet dann hätte es einfach so und dann dann zum ach ja ach ja süß ach das man muss aber immer noch schön wer nehmen ne vergisst das nicht man muss ja noch mal gucken nochmal nehmen kannst ja zwei Stück sogar nehmen was mir letztes Mal hier abgezogen als bis gespielt haben ja du blöder geist ja 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 Mist 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 Aua man hat doch prima ein Spiel daraus machen können wer ja die meiste äh seite eingesaunt hat ups werf mich doch nicht ab ah das haben wir gewonnen haus hoch das obwohl ich so oft abgeschossen wurde du siehst doch gut ich hab noch was auf Hosenbein kleben ich sehe aus wie ein Popcorn eigentlich bin ich gefühlt zehnmal getroffen worden trotzdem haben wir gewonnen ich weiß nicht wie wir das gemacht haben ich wurde tatsächlich kaum getroffen ich bin gefühlt um die ganze Zeit von hinten abgeschossen worden sehr schön versuchen recht schnell weiter zu kommen keine Ahnung wie wir das gewonnen haben ne war noch nicht geguckt das richtig begeistert so fühlen wir uns so wie er schaut fühlen wir uns gerade ja aber ich was trinken willst so ja was ist in Ordnung die Beine mal schauen was die Beine für Mist machen warum bitte lass da eine Mine sein oder sowas das ja genau wieviel jammt ihr uns denn rum auf dem Kopf komm komm Bu jag dich hoch jo 4 4 4 ja Töne schafft den 1 ach halt die Klappe nehm auf jeden Fall gleich komm Hammer Bruder jagse hoch verdammt ne nehm du gleich den Goldpilz nehm ich die hier ich weiß nicht ob es sowas wie ein Item Dings gibt deswegen erstmal das Geld wird zurückkommen was der Kerl uns geklaut hat zehn Münzen wunderbar ja das hat der uns wahrscheinlich eh gehört das hat der uns wahrscheinlich eh gehört ich dachte okay dann let's it go du kannst den Goldpilz nehmen du bist noch näher dran als ich hm welchen Würfel nehme ich dann ich bin jetzt im Glück meine Bombe ist schon gefühlt als erster los gewonnen gut ich hab die aber auch als erstes bekommen gehabt den Mist ja ist das schon mal gut ja jawoll Yoshi dankeschön super hm irgendwie musst du zum Stern kommen das müsste eigentlich möglich sein ach ich mein normal wenn ich das schon so verkreuze du findest nicht mehr den Weg du bist so krass hä das muss doch gehen darf ich mal hä ach geht das jetzt schon wieder nicht oder was leck mich doch mal am Arsch ey kann ja nicht sein dass du jedes Mal mit geraden Zahlen da nicht hinkommst das kann ja nicht sein Mensch ok 6 braucht man du hast eigentlich schon ne ungerade das ist ja das Ding ok kann aber eigentlich sein dass du schon nicht hinkommst ey das ist im kurzen schau'm kurz nein das ist das scheiß sowas ich hasse alles also verbrauchst du schon zu viel zu da komm ich ja gar nicht hin häh ne ja das ist ja schon nicht hinkommst ey ne ach man deswegen mag ich das irgendwie Ihr mocht euch das früher lieber als Gewürfeln laufen automatisch. Nicht jedes Mal so ne Scheiße. Das ist grad mal anders. Ah, das ist doch auch nicht möglich, ey. So zum Kotzen, sag mal. Kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal 1 zu 4 oder zu wenig hab, wenn ich hinkomme. So ein Gott. Ich werd da auch nicht hinkommen, du bist die einzige, die da... Boah, das kann ja nicht wahr sein. Egal wie ich Triumfende, ich komm immer wieder auf den gleichen Punkt. Ich kann, ich kann euch da nicht hinführen. Boah, ich kann jetzt ja nicht immer so scheiß Zahlen kriegen, komm da nicht hin. Was ist denn das? Nee, das geht echt nicht. Wir können nicht höchstens da auf ein Glücksfeld packen in der Hoffnung, dass dir da nichts passiert. Ja, also ich... Keine Ahnung, das geht ja gefühlt schon wieder nicht. Irgendwie bin ich dafür zu blöd gerade, oder... Oh, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin da, glaub ich auch nicht hinkommen, nee. Nee, dafür brauch ich hier schon so viel. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ich kann höchstens hier unten bleiben, ich weiß nicht, was so passieren tut. Ich komm aber auch noch nicht mehr auf so ein Feld oder so. Nee. Ich kann gefühlt echt machen, was ich will. Da, ich komm ein bisschen auf ein Itemfeld, mehr kann ich aber auch nicht machen. Nee. So oder so, die finden wir eins. Versuchen wir uns wenigstens auf ein Glücksfeld zu kommen, damit du vielleicht... Nee, es geht einfach nicht. Wir kommen auf ein Glücksfeld oder so, vielleicht kriegst du da noch was Schönes, aber... Geht einfach nicht. Super. Was ist denn nicht mehr wahr, dass ich immer eins zu viel oder zu wenig würde, wenn ich immer ein Feld vom Stern bin? Wie viel Pech kann man denn bitte schön haben, sag mal? Ach, das war doch hier versteckt am Blocks. Mit irgendwas Glück kannst du einen Stern erhalten. Können wir es versuchen, aber... Ganz ehrlich, wie viel Pech kann man haben? Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir diesmal eine gerade Zeit gebraucht gehabt. Ne, eben hatten wir... Jetzt haben wir ungerade Zeit. Das hat mit der vorhin gebraucht gehabt. Jetzt bräuchten wir eine gerade Zeit, jetzt haben wir ungerade Zeit. Und der 18 gebraucht und der 16, keine Ahnung. Mach mal. Ja, nochmal ein Gornpilz. Ne, normaler Mist. Egal. Kannst du nichts machen. Die Frage ist jetzt nur, was passiert... Boah, die Party ist beschissen. Es läuft überhaupt nicht bei uns. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir irgendwie nicht zusammenarbeiten können als Team. Ich glaube, das liegt echt an unseren Würfelglück gerade. Ja. Ja. Ach, das war doch hier einfach nur rauf und runter, glaube ich, oder? Ich finde, das ist aber eh so komisch, so nach vorn und zurück machen zu müssen, ey. Da kann man auch eigentlich rauf und runter einfach so machen. Ja, mach hier einfach so rauf und runter. Ja. Dann machen wir es einfach so. Ja. Gott. Ich glaube, das geht auch schneller. Früher war es in so welchem Spiel, wo du so viel spamming musstest und machen musstest, da hast du früher gekauft und keine Schocks gehabt. Ich glaube, wir sind gleich da. Ey. Ich war so ein bisschen schneller als du. Oh Gott, wie verdammt er ab. Ja, mir auch. Ich muss erstmal eine richtige Position und Geschwindigkeit finden, dass es auch was wird. Ich bin... Ich krieg ja noch kein Geld für YouTube, ne? Uns Männer liegt das im Handgelenk, dass wir schneller pumpen können. Ja, ganz ehrlich. Wenn du Knöpfchen drücken wärst, dann hätte ich dich abgezogen. Jeder ab, keine Ahnung, 13 weiß, wovon ich rede. Wenn jemand dich hierher schafft. Fall mal wieder. Ja, toll. Jetzt kann ich mich erst recht finden. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Lina hat das jetzt kaputt gemacht. Mit dieser Aussage. Nein! Monetarisierung geht weg. What? Dankeschön. Alter, wie auch einfach drei Partner schon hat. Dieser blöde Buh und der hat keinen. Toller Team-Partner. So. Dann muss ich ja auch verarschen. Oh komm. Ja, natürlich. Ja, klar. Die kommen wieder drauf, weißt du. Natürlich. Der Buh... Es zieht uns die ganzen Kinder ab. Es ist Buhu. Es ist nur Buhu, der uns so troll tut, ey. Boah, das kann doch nicht wahr sein, dass du uns jedes Mal fühlst, weil... Ja, so macht man das! Ihr Vollidioten. Du bist... Wir haben wirklich sehr viel Pech. Gebe ich ehrlich zu. Alter. Wir haben echt sauviel Pech. Was auf euch zu freuen, ihr Säcke. Aber, was man auch sagen muss... Mann ey. Was ich auch sagen muss, es ist wirklich nur Buhu, der uns das Leben schwer macht. Ja, Hammerbruder ist noch nicht mal so extrem schlimm. Und, wer als erstes dran ist, der hat immer Vorteile. Das ist ja wirklich so, der... Oh Gott. Was macht er jetzt? Ja. Er jagt uns alle in die Luft. Ich weiß noch nicht, was da passiert. Gut, wir haben keinen Stern. Kann Buhu bitte alle Sterne verlieren? Das wäre so richtig schlimm, wenn er jetzt alle Sterne verliert. Bist du dann auch betroffen? Ja, aber du bist auch davon betroffen. Ja, Hauptsache du nicht, oder was? Ja, ich steh unten. Ja, du glücklich, ja. Und jetzt? Warum bist du bei uns 40? Was? Ach, der halbiert die Münzen. Der hat uns die Hälfte der Münzen geklaut. Boah, wie unfair. Ja, wenn wir die nicht so viel Geld hatten, macht das denen auch nix. Ja, du bist jetzt aber... Ja, ich komme auch noch nicht mal in die Nähe des Sterns. Du bist jetzt da ganz oben. Ja, dann lande ich eh wieder nicht drauf. Dieser scheiß Geist führt uns sowas von vor, ey. Wie sieht das aus, Mann? Ich hasse alles, ehrlich. Wie soll es jetzt mal da sein? Vielleicht kriegen wir einen beglückenden Stern. Du bist halt aber auch das weiße Feld drin. Ja. Ich schaff das so selten. Na toll. Das war auch voll verzögert, als ich eigentlich gedrückt habe. Das ist immer verzögert. Du kannst ja mal in den Tobopilz einsetzen. Ja. Die Spitzhacke für irgendwas brauchen wir, die bestimmt noch. Dann müssen wir aber erst mal aufs Ereignis wegkommen. Und das dauert ein bisschen. Außerdem haben die auch eine. Kannst ja versuchen mit Jorshinsky's Worte oder so. Ich versuche jetzt einfach das Bessere auszumachen. Wenn du was hoch hast. Nein. Du hast wenigstens nur neun. Das Gute ist, ich komme als wenigstens leichter da runter. Ja. Ich kann uns leider nur wie ein Item geiern. Für mich bin ich gerade gefühlt echt nicht gut. Außer für ein verdammtes Item zu holen. Also wenn es einen Item Stern gibt, den haben wir. Ja. Ja. Aber wenn es bin ich jetzt am nächsten dran, dann wirf ich wieder ne Scheiße. Kommt wieder nicht rauf. Gott. Team Minispiel, toll. Was ist das denn eigentlich? Aua. Haben wir das schon mal gehabt? Ballonst du den Gegner einem Fetzen hauen? Pass gut auf, dass der eigene Ballon nicht Opfer eines Angriffs wird. Ja toll. Wenn du einmal getroffen bist, bist du raus. Okay. Dann lass uns mal machen. Warum haben wir unsere Teampartner eigentlich keinen? Also Joshi hat ja auch keinen. Die sollen uns eigentlich irgendwie beschützen. Aber das klappt ja. Lass uns das einfach machen. Wir müssen jetzt... Klappt irgendwie nicht so richtig. Vor allem, wie sollen wir denn machen? Guck dir mal, wie viele Bodyguards buchen. Wie sollst du denn hier rankommen? Boah. Glück gehabt. Als ob wir das gewonnen haben. So viele Bodyguards wie der hat. Alter, die haben sich ja mal voll eingekesselt gehabt. Aber der hat nicht zugauern, der blöde Geist. Ja, das ist dumm. Wie überhaupt der das Ding halten kann mit seinen Miniärmchen. Ja, Goomba sollst du dir die Frage stellen. Nimm es ins Maul. Der müsste so einen auf Zorro machen. Voll auf dem Kopf festgeklebt. So einen auf Zorro machen. So einen Mund nehmen. Äh, äh, äh. Ja toll, wir haben ordentlich Kohle. Bringt uns bloß nix. Nix. Die Elfte haben wir schon geschafft. Und wir haben aber auch keinen einzigen Stern, ey. Es ist zum Kotzen. Es ist so einfach nur, einfach nur traurig. Es ist rein zu Trauerspielen. Eigentlich kannst du auf ihn noch nicht meine Handkappe haben. Eigentlich bloß auf ihn. Ja. Hammerbruder macht ja noch nicht mal wirklich was. Du sagst ungern. Aber der kriegt dich. Der hat 16 gewürfelt. Toll. Was? Ein Arschloch. Wenn jetzt das Hotel wieder in einer komplett anderen Richtung. Gefühlt sich. Ich wette einen Fünfer darauf. Ich komme noch nicht mehr da ran irgendwie. Und jetzt das Hotel am Anfang oder irgendwo rechts. Ja. Da wette ich mit dir mit einem Fünfer drauf, ey. Wird so sein. Ich glaube kaum, dass sie sich jetzt nach da unten verpisst. Glaube ich nicht. Er steht jetzt genau in der Mitte. Er kann überall hin wo er will. Ich bitte wieder. Mit der donate. Ich lege es dir. Daniel 제 Obsess na von Education meglio versatile und